ein herzliches willkommen zurück in einer neuen folge ja leider habe ich jetzt die aufnahme nicht laufen gehabt und bin dann hier mit dem lkw mit dem schlepper abgestürzt ich bin ausgestiegen ausgesehen und abgestürzt irgendwie ganz komisch habe ich leider nicht eine aufnahme so jetzt gucken wir mal dass wir uns zeug wieder kriegen irgendwo hier ist ja unser spiel katerium braucht kein mensch so ein hofft ist mir ungefähr so wir brauchen 6 immer so nicht hinbauen geht da geht's hatte tue 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 wo war das mal doch irgendwie uns zeug wieder bringen und dann um das von gucken was den lkw wieder kriegen wer ist ja da irgendwo whatever ist denn da gibt es nicht oder so so da oder was probieren wir mal das probieren wir mal das probieren wir mal wieder finden das ist ja noch mal da unten ok da wollte ich auch schon mal lange hin deswegen wollte ich mir eigentlich Sprengstoff machen was soll denn der dann sein soll denn der dann sein soll denn der dann sein da vielleicht nicht ja Da ist er irgendwo, oben ist er nicht. Wie weit kommen wir denn eigentlich hier? Das täte mich schon mal interessiert. Da würde die Tasche irgendwo sein. Das ist ja nicht dein Ernst. Die Richtung. Da. Da ist er in der Richtung rein. Okay. Guck, wir haben unsere Tasche wieder gefunden. Ich glaube es ja nicht. Wir können nicht alles einsammeln. Das ist doch nicht wahr. Den da hin. Den da hin. Dann kommt ihr da hin. Kettensägel. Guck da rein. Da haben wir wieder ein bisschen Platz. Nehmen wir alles. Dann können wir den anziehen. So. Wir haben unser Zeug wieder. So. Wo ist jetzt der Schlepper? Da. Da kommen wir nicht weiter. Hö. Okay. Jetzt bin ich nur wieder hochgekommen. Und jetzt. Oh. Schön die Geschichte. Schön die Geschichte. Aber diesmal läuft die Aufnahme. ist nicht dein ernst so lichter licht unser staff da unten irgendwo na gut und es gibt keinen def counter schade eigentlich aber wenn man die grafik hier voll hoch schraubt sieht das richtig geil aus aber ich kann nicht weil macht mein rechner nicht mit was ein spaß so mehr action wie bei fortnight da bin ich froh dass wir hier eine hyper tube haben da brauchen wir den ganzen weg wenn es nicht laufe ich wollte doch bloß eigentlich sprengstoffen nach vorne transportieren es ist doch nicht wahr wir werden jetzt mal eins machen weil ich habe so die befürchtung wenn wir den truck finden ach wir haben den eh leer machen wenn wir unser zeug gefunden haben machen wenn wir unser zeug gefunden haben boah leute echt jetzt ja die ist alles voll hier da läuft nichts mehr so ich gehe mal ganz runter ach ich hätte vielleicht mal ein bisschen beton mitnehmen sollen oben sagt das keiner ja kein beton dabei haben können wir uns nichts bauen aber wir haben sowieso alles voll jetzt boah leute aber wir haben unser zeug wieder gefunden aber wir haben unser zeug wieder gefunden guck mal was nochmal wieder finden so äh äh nein jetzt nicht so jetzt ist aber gut jetzt hier jetzt geht da hoch jetzt müssen wir nur gucken wo das war hier irgendwo ach hey wir müssen noch weiter runter warte mal da da waren wir gerade boah das kann sein dass es da liegt oder da vielleicht so so da 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 ah es ist hier nicht loslaufen ah nicht loslaufen den habe ich auch drauf dann hast du da dein blaues Feld dann rennst du einfach los so äh ach die das exoskelett ist auch weg hier aber einfach zu viel stuff einstecken aber egal so pass auf äh was können wir noch alles was ich in der hand hat könnt ihr noch da rein stopfen äh 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 da ist das exoskelett okay dahin dahin und dann können wir alles nehmen sehr schön so das da raus das da raus das da rein äh dann werden wir uns mal die schnell die elf dinger da rein drücken wo sie verschwendet sind wenn wir jetzt da runter gehen eigentlich suchen wir ja jetzt eigentlich suchen wir ja jetzt sind ja abgeblieben alle wir sind ja abgeblieben ich bin sogar nicht So, dann ist das leer Gehen da hin Wo ist die Kettensäge? Da So Sind die abgeblieben? Da Hä? Da müsste er irgendwo sein Okay Aber ich werde ihn immer hier im Container aufstellen Weil hier kommen wir ja wieder hin Zwar nicht so einfach Aber wir kommen wieder hin Organisation Container Schön auf die Seite Dann Haben wir die auch So Zeug Einfach so Schmeißen wir da mal ein bisschen Zeug rein Das wird nicht reichen Wie wir den LKW finden Dann hat er so viel Stapf drinne Dass wir das nicht mit einmal wegkriegen Alles raus Nein Das Gerade So Da wird genug Platz So Jetzt Pass auf Die ist da Das nervt gerade ein bisschen hier Warte mal Das Sub kommt raus Signale Komm raus LKW Station Kommt raus Das Kommt alles raus Jetzt bloß den LKW Hier Da Da Der muss doch hier irgendwo sein. Wie tief kann ich denn hier noch runter bauen? Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt sind wir quasi schon unter der Map. Kann da einer sagen, was er will? Kann sich quasi unten die Map bauen. Der muss jetzt... Da ist er. Der hängt da in der Luft. Ist nicht wahr, oder? Okay. Very nice. Leute, jetzt so runter gefallen. Nee, oder? Jetzt ist er runter gefallen. Scheiß. Seidenkleister. Das gibt es ja gar nicht. So, jetzt ist er, glaube ich, weg. Ich mache mal hier alles zu. Vielleicht fällt er ja nochmal hier runter. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Ist er eigentlich... Ja, da sind wir. Ist okay. Ah. 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 Der ist weg. Okay. Komme ich jetzt hier wieder raus? Da nicht. Das ist schon ganz schön neblig hier unten. Ah. Spaß. Das ist schon ganz schön neblig hier unten. Das versuche ich aber auch was ganz anderes. Das will ich jetzt wissen. Wie weit kommen wir eigentlich? Ah ja. Bis dahin kommen wir. Hä? Mit die Rampe weg? Gehen wir jetzt da laufen? Ja. Auf die Höhe kommen wir. Gott, dass wir drüber geredet haben. Wir brauchen einen LKW. Wie hat das das Spielwerk geschafft unter der Map zu bauen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir haben jetzt den LKW nicht, den Schlepper nicht wiedergefunden. Wir haben ihn wiedergefunden. Wir haben ihn nicht wiedergefunden. Wir haben ihn nicht wiedergefunden. Wer ist das? Also. Teil Erfolge. Jetzt reißen wir die ganz glatte Radatje weg. Brauchen wir ja nicht mehr. Vielleicht brauchen wir es doch noch. Bruchen wir es nicht. Aufheben. Okay. Wie komme ich hier weg? ich hier weg hier ist gut das ist eine gute richtung mit unter der map war ich noch nie da jetzt müssen wir wieder hochkommen jetzt wissen wir was wir nicht verloren haben reibstoff das ist natürlich blöd das heißt wir müssen zur base zurück okay chaos folge pur ich hoffe nicht kriege ich das wieder zusammen wenn ich die folgen am zusammenschneiden bin oder am rendern und am hochladen nicht schlecht ich jetzt ja wir haben aber echt nichts wir haben zeug verloren jetzt wahrscheinlich hat er lassen wir mal hier stehen die base schönes ding also der schlepper ist weg definitiv gibt es auch kein dings mehr aber wir haben ihn gesehen ich habe es gott sei dank der aufnahme ich hoffe dass ich mich dann irgendwann daran erinnere wenn ich die aufnahme auch nicht dass sie dieses jahr noch rauskommt ich habe schon ein paar folgen jetzt oh ja oh ja Untertitelung des ZDF, 2020